Musik 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 Applaus für diesen Luftweg, Robin! So cool! So schön, dass ihr alle da seid! Ich hab schon wieder einen Neblingsmoment Ja, ich glaube auch Musik So, wenn ihr klatscht, die das Grupplikum vielleicht geht er noch ein bisschen tiefer Oh Gott! Dank! Ich spiele mir, was diese Musik für dieser Grupplikum ist ... Ja. Der Max sagt, der wirklich richtig, richtig gut fliegen kann. Das ist der Wahnsinn. Schaut euch das an. Das ist echt Wahnsinn. Wenn du ins Publikum schauen, sehe ich so viele lächelnde Gesichter. Das ist das, warum wir das hier machen. Das ist es einfach. Das ist Modellflug, liebes Publikum. Modellflug ist einfach cool. Das ist einfach cool. Das ist einfach was ich. Das ist einfach so viel zu tun. Ich glaube, hier wird schon ganz anders da drin. Gefällt euch das, liebes Publikum? Was sollen wir denn noch machen? Ja! 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 Und auch da hat er wieder auf die Absperrung geachtet. Das ist ein bisschen höher das Feld. Das Grüne, das sind die Spitzen. Das kommt mir enorm weg. So, jetzt kann man noch ein bisschen viel bei ihr in der Gange. Wow! Man muss wirklich den Kopf verhalten, das ist ja kein klassisches Kunstflugzeug wie der Exler oder so. Da muss man richtig knüppeln. Ich glaube nur, dass er was macht. Jetzt bringen wir mal hin! Ja! Ja! Und wir brauchen in der Gange! Ein bisschen mehr los! Ja, schauen Sie mal auf den Propeller, der steht. Wo setzt er auf? Allerdings erhaut vor, willkommen an Rumpf, liebes Publikum, Rumpf, Wahnsinn! Jawohl, so eine tolle Vorflügung. Vielen Dank, Robin, schön, dass du da bist. So, da fand ich mich wieder, wieso wir das topen? Ja, da haben wir uns ja was ausgedacht.